Hallo, mein Name ist Carmen Wethere und ich begrüße Sie in meiner Galerie in Kontro in Eithorff. Meine aktuelle Ausstellung heißt Wir bitten zu Tisch und ich bitte Sie zu Tisch mit zwölf Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Arbeiten rund ums Thema Küchenbilder zeigen. Es gibt klassische Stillleben, aber auch sehr witzige Arbeiten rund ums Essen. Die Ausstellung läuft bis zum 8. Mai. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020